Komm, die Schuppeln zusammen, oder? Wie letztes Jahr. Dieses Gefühl, als ich euch hier sah. Äh, Kinder, du drehst den Sonnenschlag. Siehst du auch ein Kipp, oder? Wie geht die Verzweiflung durch? Alles fast schon. So was hatte ich vorher noch nie gesehen. Deine Himmel, Himmel, Himmel blauen Augen nehmen mich dem Himmel immer wieder nach. Oh, die Worte! Dieses Himmel, Himmel blau ist kaum zu glauben. So, und jetzt! Deine Himmel, Himmel, Himmel blauen Augen bringen mich dem Himmel immer wieder nach. Weil dieses Himmel, Himmel blau ist kaum zu glauben. Denn du bist einfach wunderbar. Deine Himmel, Himmel, Himmel blauen Augen Wie es schon will. Es gab so manchen dunklen Tag. Doch das ist vorbei, seit ich dich hier sah. Okay, wenn du vorbekommst. Du bringst den Sonnenschein so tief in die Hand hinein. So, guck mal, der Mann bewegt sich auf. Also nur noch ein bisschen, aber ich hoffe, das macht uns super. Bist du? So, jetzt ist die Schiene. Komm, schau! Deine Himmel, Himmel, Himmel blauen Augen bringen mich dem Himmel immer wieder nach. Deine Himmel, Himmel, Himmel blauen Augen bringen mich dem Himmel immer wieder nach. Und du bist einfach wunderbar. Deine Himmel, Himmel, Himmel blauen Augen bringen mich dem Himmel immer wieder nach. Ja, hier ist es in die Schiene. Deine Himmel, Himmel blauen Augen bringen mich dem Himmel immer wieder nach. Ja, dieses Himmel ist ganz zu glauben. Es ist die Schiene, die war einfach wunderbar. Deine Himmel, Himmel, Himmel blauen Augen bringen mich dem Himmel immer wieder nach. Ja, dieses Himmel ist ganz zu glauben. Du bist einfach wunderbar. Ja. Ich bin ein gewasser Kracker. Wie jedes Mal. Ich würde euch wirklich von Herzen eine schöne Vorwanderer Zeit. Du, Mutter, wir sind immer größer und es ist auch gut so. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Was steht auf deinem Wunschstelle für dieses Jahr? Ja. Was steht auf deinem Wunschstelle? Was wünschst du dir? Eine Uhr. Das bekommst du bestimmt noch mehr? Nein. Ich bin nicht wünschte dir, das bekommst du auch. Wir sehen uns nächste Seminar, okay? Es ist schönes Anbieter, Dankeschön!